Unsere Garage macht speziell, weil sie auch die schönste Garage in der ganzen Schweiz gibt. Vom Optischen her, vom Gebäude. Sehr spezielles Gebäude und mega toll, um hier zu arbeiten. Plus, finde ich, haben wir ein sehr junges Team dazu. Also, wenn ich unsere Garage mit einem Wort beschreiben könnte, dann wäre das dynamisch. Von meinen gelernten Fähigkeiten kann ich recht viel brauchen. Also, ich habe zuhause ein Töffel. An dem kann ich gut rumschrauben. Und auch, wenn meine Eltern es nicht weiter wissen beim Auto, kann ich auch schon selber schauen. Das Besondere, dass du die Lehre da machst, ist sicher ein grosses Team. Es hat viele verschiedene Leute. So kann ich auch sehen, wie verschiedene Leute an den Autos arbeiten. Ich kann so auch schauen, was am besten ist. Und auch viele verschiedene Wege lernen, wie man das Problem lösen kann. Das Spezielle an unserer Garage ist, dass wir mehr Markenbetrieb sind. Wir haben vom Kleinwagen bis zum grossen Luxus-SUV alles Mögliche. Ein junges Team. Die U-Kultur bei uns. Wir reden alle miteinander offen. Und sind für ein Land ab. Bei uns kann man sich sicher gut weiterentwickeln. Die Möglichkeit ist es bei der EMFRA allgemein. Vor allem in unserem Betrieb wird das sehr gefördert. Mit der Geschäftsleitung kann man eine Lösung finden. Mit der Geschäftsleitung kann man eine Lösung finden. Aufhören. 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 Abonniert.